Löffelgabel... Dings. So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallo. Wir drehen eine kleine Runde zusammen und wir probieren ein paar Camping-Gadgets aus. Seid gespannt, wir auch. Jetzt ist es luftig. Fahr doch hier links dann. Ich wollte eigentlich nur unseren lieben Zuschauern sagen, dass unser Ursprungsplan ein anderer war. Und zwar wollten wir nach Dortmund fahren, um dem JP das schöne Motorrad der Alex mal zu zeigen. Obwohl sie noch gar nicht ganz fertig ist. Und was ich mir dann gedacht habe, wir verschieben das einfach, bis sie fertig ist. Bis sie fertig ist und zwar fehlen ja noch ein paar Sachen, aber ich verrate noch nicht was. Das ist jetzt richtig angenehm. Siehste mal. Gefällt mir sehr. Die... Läuftigen Löcher. Ja, die Kunst bei so einer Klamotte ist ja, dass du von 10 Grad bis 30 Grad bis 35 Grad alles abdecken kannst. Krass, ne? Ja, ja. So, müssen wir denn da auch mal was zu Mittag essen, ne? Ja, was hast du gehabt? Darf man keinem sagen. Zwei Toast. Junge, Junge. Und dann so eine schwere Maschine fahren hier. Was ist denn mit Ihnen los hier? Ja, irgendjemand beginnt vielleicht jetzt zu tun. Ach, zu tun. Hast du vergessen zu essen? Immer wenn es keine Schokolade gibt, vergisst du zu essen, ne? Hallo, gucken Sie mal, ja, ein Festmahl. Da geht mir schon wieder richtig eine ab, ne? Weil du auch nur so ein bisschen was gegessen hast heute früh. Und ich habe mich für belgische Fritten entschieden, weil da drüben gäbe es die holländischen. Aber die belgischen ist kein Fehler, oder? Geil. Guten Appetit. Dankeschön. Hallo. Wie finden Sie Ihr Essen? Hast du fein gekocht. Ah, du! Da kommt sie jetzt. Das ist eine bessere Laune, glaube ich. Ich richte mich gerade noch auf über Nachbarn, aber die Zeit ist zu schade dafür. Guck mal, da kommt sie jetzt. Ah, hallo. Hallo. Ich habe gerade gesagt, endlich ein Stückchen Lebenskultur zurück. Ja, auf jeden Fall, ne? Obwohl wir gar keine Einbußen hatten irgendwie. Keine großen. Das stimmt. Nein, ich habe den großen Schein. Und ich glaube, ihr denkt, ich bin keine Ahnung wie oft schon Motorrad gefahren. Nein, liebe Leute, wenn es hochkommt, 15 Mal. 15 Mal, 18 Mal. Ich komme jetzt da irgendwie so drauf, weil wenn man nicht mir so die Kommentare manchmal durchlesen, ja, so ein bisschen holprig oder dies, das ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja, ich bin ja kritikfähig, ne? Ja. Aber ich glaube, dass die Leute wirklich denken, dass ich jeden Tag Motorrad fahre. Glauben die. A, muss ich arbeiten. B, haben wir auch andere Sachen zu tun. B, haben wir auch andere Sachen zu tun. Wirklich, wenn es hochkommt, Kunstzimmer bin ich bekannt, mehr nicht. Ja. Egal. Egal. Ach, egal. Übung macht den Meister. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt einen Schluck auf. Noch so ein bisschen Kram testen, den wir dabei haben. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Wir haben ein Höllengerät nämlich dabei. Aber mehr verrate ich auch nicht. Ein Höllengerät. Willkommen in Belgien. Aha. Sind wir jetzt in Belgien? Ja. Wohin? Da so runter der Straße folgen. Schön hier, ne? Total. Oh, bärlich. So sind Sie denn was fitter? Ja. Ja. Aber ich bin heute irgendwie ... Dröselig. Ja, so weiß ich nicht. So eine Schlack-Tablette irgendwie. Genau. Merkt man. Irgendwie ... Aber solange dir Spaß macht, ist es ja gut, ne? Ja, klar. Ja. Guck mal, wie schön. Richtig. Hei, hei, hei. Hei, da bist du gerade auch. Ja. Und ich mag diese Straßen. Hier so klasse C-Straßen mit Löchern drin, wo das so ein bisschen hoppelt. Gerade mit der Teneree, die fährt ja einfach da drüber, weißt du? Ja, ja, klar. So und nicht anders. Richtig. Einfach der Nase nach. Richtig. Richtig. Wir haben Amazon bestellt. Für 170 Euro. Mhm. Und das sind ein paar coole Sachen dabei. Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Ich guck, ob der Ton richtig ist. Auf jeden Fall sind ein paar coole Sachen dabei und die wollen wir euch mal zeigen. Ja. Hör auf. Dann ein Höllengerät. Da müssen wir nachher was zu sagen. Guckt euch das mal ja an. Ein bisschen so Töpfchen und so. Eine Luftmatratze. Und... Ist das eigentlich so eine Luftmatratze, die sich selbst aufpumpt? Ne, musst du auch pusten. Und dieses Säckchen hier. Vielleicht sollte ich erst mal erklären, wieso dieser ganze Aufwand. Die Alex organisiert gerade so eine Truppe, so eine Mädels-Truppe. Die wollen campen. Und ich möchte ja auch demnächst mal so ein bisschen Offroad fahren mit Übernachtung. Und deswegen auch hier mitunter eben dieses Equipment. Schwamm. Hier sowas. Keine Ahnung. Ich kenn mich ja nicht so mit aus. Das war jetzt alles ein Set. Das Ding hab ich schon ausprobiert. Wie man hier an diesem ganzen Zimmer erkennen kann. Ich hoffe, dass mir der Start gelingt. Ich hab jetzt tatsächlich auch schon zweimal geübt. Das Ding kostet 50 Euro. Und das Ding klappst du einfach so aus. 450 Milliliter kann man hier maximal Sprit reinfüllen. Und dann pumpen. So. Okay. Das erste Mal hab ich das nämlich komplett falsch gemacht. Zu Hause. Du wolltest mir das vorführen. Ja. Und ich hab gedacht, der Jens will hier die ganze Terrasse in die Luft jagen. Dann ist es so richtig losgegangen. Achtung. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Und jetzt wird es auch relativ schnell laut. Also du musst erst mal hier vortemperieren, damit diese Leitung, die rüber läuft, so heiß wird, dass der Sprit nachher verdampft, bevor er durch die Düse kommt. So. Und jetzt drehe ich mal auf. Hammer, oder? Ja. Pass auf. Geil, oder? Ja. Ich finde das so cool, weil das so wenig Platz wegnimmt. Und den Kocher, den wir sonst dabei haben, das ist ja so ein Zweiflammenkocher, der auch mit Benzin funktioniert. Ich liebe dieses Ding, aber es ist halt einfach viel zu groß, um mit dem Motorrad wegzufahren. Ja, ich sag mal, wenn man mit dem Motorrad wegfährt, dann ist es zu groß. Deswegen das kleine Teilchen. Genau. Wenn wir jetzt mit dem Auto fahren, geht's. Und mit dem Docker, wo wir eh so wenig Platz haben, habe ich mir gedacht, können wir das auch verwenden. Auf jeden Fall. So. Wie lange hat das gedauert? Eine Minute? Ja, wenn überhaupt, ja. Also, ich habe fast das Wasser angebrannt. Die Dinger kriegen Benzin bleifrei, das Ding kriegt Benzin bleifrei. Und wir trinken Kaffee schwarz. So, komm mal. Heiß! Oh, ich weiß nicht. Also, ich merke jetzt, dass es sehr, sehr gemütlich ist. Okay. Dann bringe ich dir jetzt einen Kaffee, okay? Jetzt werde ich müde. Ich bringe es aber noch zusammen. Ich habe es eben noch mal, sind wir es noch mal durchgegangen. Also, die Töpfchen 20, 20, 50 und zweimal 40 sind 170. Also, so haben wir es. Und das läppert sich, ne? Ja, überleg mal, wie geld das ist. Und du kannst, glaube ich, auch für die gleichen Artikel im High-End-Bereich locker das Doppelte ausgeben. Aber das ist uns nicht wert. Also, die paar Mal, wo mir... Vielleicht wird die Alex nur einmal dabei sein, wenn wir sowas starten. Ja, ich denke, dass der Robert auf jeden Fall am Start ist. Oder wer es auch immer ist nachher. Aber, ähm, das ist so hier mein Equipment. Ich freue mich da schon drauf. Ich werde euch auch berichten, ob sich der Topf verbogen hat beim längeren Kochen von irgendwas und, und, und. Aber so passt das alles, guck, passt alles hier in den Rucksack rein. Richtig geil. Ich will das natürlich nachher nicht auf den Rücken schleppen. Ne? Das ist, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das kommt dann nachher in diese, in diese Tasche rein. Und dann habe ich noch so einen kleinen Schlafsack. Aber auch so einen Sommerschlafsack. Das ist auch so vom Packmaß eher, eher leicht Gewicht. Klasse. So, zack. Alles verstaut. Wir haben die Drohne mitgenommen, gar nicht benutzt, ne? Ja. Stimmt. Nächstes Mal. Nächstes Mal wieder. Nächstes Mal. Sag doch mal bitte den Leuten, was du die ganze Zeit machst. Sag mal bitte den Leuten. Ich google immer, was es so für neue Artikel für die Teneree gibt. So an so Beauty-Sachen. Früher Handtaschen und Klamotten. Ich sag's in der Schuhe. Schuhe. Alles keine, sondern so Sportschuhe. Und jetzt guck ich nur noch nach Motorrad-Sachen. Handschuhe, Helme. Ich sag's dir. Aber? Halt, ich nehme den Rucksack. Ach ja. Du nimmst den schweren. Da ist übrigens nur, das schwerste ist das Portemonnaie von Alex. Ja, weil da so viele Steinchen drin sind. Steinchen? Hartgeld. Hartgeld, ja klar. Vor ein paar Tagen noch, keine Ahnung, gefühlte. Gefühlte 5 Grad. Du wofür. Irgendwann. Ich hab' mich mit dem gemacht. Und jetzt geh' ich wunderschön. hier mein ganzes Equipment ausprobiere und nicht nur so ein kalt-trockentraining mache, sondern wenn es ernst wird. Ach, das Thema Belgien hat uns so gut gefallen. Ich werde das so ein bisschen ausarbeiten und vielleicht so ein Adennentürchen mal irgendwie kredenzen und dann gucken, wie das da läuft. Und da nehme ich die Alex natürlich mit. Das war heute irgendwie nicht dein Tag. Ja. Und zum Schluss schon. Ich kann nicht sagen, warum. Warum? Aber jetzt so zum Schluss ging es. Ich habe mir gedacht, ich setze mich da aufs Bike und als ob ich kein Motorrad fahren könnte. Also so quasi davon null. Ich habe mir gedacht, was ist das denn jetzt auf einmal? Hast du schon auch gemerkt, wie ich gefahren bin? Natürlich. Wie so eine Bekloppte. Peinlich. Nein. Es gibt auch immer mal einen Tag, wo es halt nicht läuft. Ich will dich nicht verführen. Ich esse die alle alleine auf. Also Leute, wenn es euch so gut gefallen hat. Ich weiß, was kommt als nächstes Video. Ich verrate es aber nicht. Schaltet wieder ein. Drei, vier Tage geht es weiter und dann sieht man sich. Lasst gerne ein Abo da. Kostet nix. Und wenn ihr direkt weiter gucken wollt, dann schaut euch gerne in den Playlists um. Also macht's gut. Da gibt's auch mal was Tolles. Tschüssi, Kowski bis Danimanski. Drückst du drauf? Adios. Eins ist ganz klar. Du kannst alles mitnehmen und alles machen. Aber das hier grisselt mit hier Outdoor-Reanimation nicht so hin.